Dann würde ich jetzt erstmal die Sache mit der Verlandriss noch machen, mit euch. Auf das habe ich nämlich gewartet. Wir haben sogar noch die Samen gekriegt. Also wir können ja gleich nochmal zur Himmelsfeste reisen. Wir brauchen nämlich dringend viel Verlandriss. Ihr könnt aber auch, dafür ist ja auch der Nackt dabei, die Samen so holen. Dann könnt ihr da einfach einen Topf damit pflanzen. Und da könnt ihr euch dann verlandern, sonst braucht ihr einfach nicht die Sache zu suchen. Aber für das Let's Play habe ich mir gedacht, ich lasse es jetzt erstmal. Die Rissungen, die wir nicht gefunden haben, werde ich euch dann mit dem Nackt an euch nochmal kurz vorstellen, welche Rissungen wir noch nicht mitbekommen haben. Weil manchmal ist es halt einfach so, dass das Spiel halt einfach nicht das macht, was es eigentlich macht, wie toll. Aber normalerweise gibt es ja auch Ausrüstungsgegenstände in den Befundungslande. Und auch Heirat für die Rissungen oder die Rissungen. So, dann gehen wir mal ganz kurz zu diesem komischen Dirtpast da, wenn wir jetzt trotzdem hier waren. Ja, da fahren wir auch mal. Dann gehen wir auch mal in der Landwärter. Schliessen. So, verlanderes Abreden. Okay. So, dann gehen wir wieder zurück. Das heißt, wir haben ja jetzt... Genau, wir haben jetzt... Ähm... ...Hinterlande fertig. So, dann gehen wir wieder in der Riss-Louis. Ja. Wir gehen jetzt noch... ...die Sachen machen. Wir gehen jetzt so schnell wie möglich... ...und greifen die Riss-Louis an. Nur, dass ihr es wisst, über den Nackt könnt ihr das gerne machen. Da habt ihr alles Samen. Aber wie schon gesagt, ich will es für euch als Let's Play... ...euch... ...ausstrahlen. Oder was gesagt, euch zeigen, wo ihr es erfinden könnt. Und was ihr damit machen könnt und so. Und so weiter und so fort. So. So. Dann bauen wir zum Beispiel auch wieder hier. Und da ist die Söder-Gehnen-Fest. Es gibt viel mehr von uns als euch bewusst ist. Ja, du... Okay, wir haben den Buhl. Okay. Das ist ein blauen Hals. Der Ring ist ein bisschen zerknüpft. Dann muss ich mal einfach mein Haus wiederholen. Das ist alles genau wie ich es dir gesagt hatte, ich weiß es immer wenn es mir läuft, dann so den Schau über den Rücken. Weil es ist so, du hättest ihm glauben sollen. Ich wusste es, er würde mich nicht gehen lassen. Ich werde eine falsche Spur legen, um ihn vorzulocken, und dann Kepler, um ihn nach hinten anzugreifen. Dann habe ich ihn am Ende. Okay. Der Spuss wird umgedreht. Das ist das, was wir eigentlich vorhatten. Das ist das, was wir jetzt nicht. Das ist das, was wir jetzt nicht. Das ist das. Im Sha'iel? Das wäre eigentlich dann eher dein Ding. So, ein trauriger Spitter. So, jetzt mach das mal weg. Oh ja. Also, ich finde, die Flügel fährt da auf den Griff. Die Flügel fährt da auf den Griff. ...und... 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 Ich finde das sogar den eigenen sehr cool Wissen wir eigentlich irgendwas über diesen E-Share, wo kam er her, aber wo müssen wir auf, soweit ich weiß, gehört es ja nicht dem Orten an und er hat in sich das mich nervös noch treten So ist es, manchmal ist es, äh, ein Schatzkommeter, aber hier ist es Aaaaaaah! Er möchte das etwas! Sie hat die Gesichter dann ab, um es schwer zu sagen! So, wir wollen hier auch nochmal, wir müssen genau so übermachen, wie stark wir die zu dem Nurhum aussetzen. Der letzte Gehir durch den Nurhum in einem Wundrausch, woraufhin wir gezwungen waren, um zu töten, sobald sich das Rote rumversetzt, erhöht sich die erwartet der Stärke dieser Kreaturen, an dem sie dadurch auch noch schwieriger, um neue Kontrolle zu halten, als ohnehin schon. So lange wir nicht genügend dieser Kreaturen haben, um verschiedene Verfahren testen zu können, werden wir immer seine Verlässe mit Hilfe finden, zu steuern. Ich bin vielleicht extrem in der Anstellung des gesamten Experiments zu empfehlen, aber eigentlich müssen der Klos und zwei Zwecken doch dienen. So, Versuchsmutzesen. Der Rissriese, den wir letzte Woche aus den Smartgräbern erhalten haben, ist gestorben. Er hätte eine rechte Bauverlässe erhalten, die ihn in der Schiefe verbrachte. Das heißt, wir haben jetzt nie noch einen, der Rissriese zum Glück wahrgenommen, die Ersten für einen Fall. Das ist das für viel Versprechen. Ich bin also so süß. Es ist bestimmt schwierig, diese Kreaturen ohne Einsatz zu gewalt zu gefangen, Ich liebe dich. Ich liebe dich.